Hallo und herzlich willkommen bei der Muttibeermbande. Heute sind wir beim 51. Tag und dem 5.11. und wie ihr hört geht es mit mir immer noch nicht. Also meine Krankheit ist immer noch nicht komplett weg. Das echt zum kurzen ist langsam. Aber ist egal. Verlassen wir uns nicht stören. Wir spielen einfach weiter und versuchen jetzt endlich mal wieder ein paar mehr Spiele zu gewinnen. Ich habe jetzt auch ein bisschen trainiert heute mal und gestern. Und ja da schauen wir einfach mal ob was geht. Ob wir unseren Gegner auch besiegen können. So wir spielen gegen Terraner. Gucken ob er... Entschuldigung. Ob er... Na, einen Proxy-Bauer spielt oder nicht. Und dann werden wir uns nochmal expandieren. Werden... Auf jeden Fall Kolosse spielen. Und Fliege. Also Kolosse Voltray. Weil es ziemlich... also Fliege ist in der Zeit mit... Das stärkste gegen Terraner. Ich weiß nicht warum. So, das Gaube ist gleich da. Hab jetzt noch nichts entgegenkommen sehen. Spiel nochmal. Bissen wir uns wieder. So ein dick Punkt war. Kein zweites Gas ist schon mal gut. Da kommt auf jeden Fall kein Schieß. Also kein... wesentlich Dinger. Zeig uns. Schnell weg. So. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So. So. Wir haben zweites Cybernett kaum nicht vergessen. Und jetzt machen wir wieder Drohnen. Ja, wir sollten. Die Verschreckung trotzdem. Und Scouts. Stellen unten ganz wichtig. Pilot hin. Auf jeden Fall. Wir haben noch einen Ark. Wir sind noch mal unsere worker. So, jetzt können wir nochmal reinsliegen. Hier ist zusätzliche Pilot. Der Pilot noch nicht fertig. Das ist Marine oder? Ne kein Marine. Da kommt der Reaper, ist gut, da fuhre ich das an, ah! Einen hat er gekriegt, und er ließ den Reaper, Blödsinn! Es war auf jeden Fall besser für uns, als für ihn. So, liegen hier noch Flieger, also wir stoppen mit Fliegern. Hat bestimmt schon Marine, ne? Mal gucken, was er noch so schönes hat. Das ist jetzt nämlich nichts. Shit. Ah, jetzt klar, Cyclones. Geht schon aus. Wir haben eigentlich noch keinen dritten Stork aus. Ist natürlich blöd, jetzt sehen wir halt nicht, was er bringt. Aber es ist nicht weiter wild. Hier bauen Gates. Und bauen Orakel. Ohne Bus des Orakel. Und müssen langsam mal unser, genau, anders bringen. Wir haben nicht gelügend Mineralien. Forschung abgeschlossen. So, Gas. Und danach kommt der erste Void. Wir haben nicht gelügend Mineralien. Das stellen wir da oben hin. Wir haben nicht gelügend Mineralien. Wir haben nicht gelügend Mineralien. So. So, raumen langsam die nächste. Wir holen mehr Gas. So, Orakelse in Schlau. So. So, raumen langsam die nächste. Wir holen mehr Gas. So. So, raumen langsam die nächste. So, wir bauen, wie sieht das Gerät? Na? Eine Kolosse. Und wir wollen auch schnell ein Papillon. Ah. Du musst aufpassen, da ist ein... Shit. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ich bin hier. Oh, und das nächste Void. Eigentlich müssen wir jetzt eine Exe nehmen. Aber er hat halt schon ziemlich viel. Ja, wir nehmen die Exe. Wir gehen auf Risiko. Ich bin hier. Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Also, er hat selbst noch keine Exe, denke ich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Termalands. Wir haben noch keine Exe. Außenrum. Oh. Aber jetzt kommt, weiß ich nicht. Und wir haben noch ein paar Voids. Er ist zusätzlich... Er ist zusätzlich... Er ist zusätzlich... Das Problem ist halt, wir haben unsere Rage verloren. Können das jetzt gerade auch nicht nachbauen. Na ja, doch, hol uns nach. Scheiß drauf. Weil wir brauchen's. Oh, meine Hine hier. Und so wenig Gas, eindeutig. Da kommen sie. Shit. So wenig Gas, jetzt haben wir uns sehr gut verteidigt. Ich bin echt so viel, dass so wenig Gas, ey, jetzt verstehe ich nicht. So, wir brauchen viel mehr Gas. Und vielleicht noch eine Exe. Ich tippe darauf, dass er gleich wiederkommen wird. Ja, da ist er. So, wir spielen aber nur mit zwei, ähm, Models. Äh, nicht Models. Also, er will auf jeden Fall weiter pushen, so wie das ausschaut hat. Im Modell dazu. So. So. Dies müsst ihr in allem Energiefeld platzieren. Kommt ab. Prismakern online. Erneut diene ich. Ach, was wollen das? Wir werden nur ein. Mein Leben für Arjur. Nicht gegen Helgi. Erneut diene ich. Ich verdammt wenig Ressourcen. Verdammt wenig Einheiten mittlerweile. Und mehr Gates. Verdammt. Was ich brauche ist langsam das hier. Ihr habt nicht gelesen. Mein Leben. Erneut wenig. Forschung abgesprochen. Mein Leben für Ajuang. Nicht genügend Energie. Ihr habt nicht gelesen. Nimmtschul. Vierer als G可. Nicht genügend Energie. Ihr habt nicht gelesen. Mineralien. Zwei Ressourcen. Sie verjüngen. Noch nicht. So, wir können mal vorgucken. Mal selber ein bisschen Druck machen. Das war vielleicht doch nicht so clever. Das war definitiv nicht so clever. Das war gar nicht clever. Na, war ein Fehler gemacht. Na, GG. Das war ein großer Fehler, anzugreifen. Ich hätte auf Storm warten sollen. Alter Schwede. So wenig Ressourcen, so wenig... Na, egal. Wir machen weiter. Hier sind ein Fehler. Der Fehler war einfach hier anzugreifen, ohne Storm mit Storm, ich bin locker geworden. Der wäre locker durchgeschnetzelt. Naja. Selbst schuld. Aber wir wollen nicht aufmachen, weiter. Das MMR fällt immer mehr und immer mehr. Das ist echt grausam. Wir waren bei 4-2 mittendrin mal. Jetzt sind wir bei 3-7. So, good luck, Herr Pack. Wir spielen gegen Toss. Ich hätte auf jeden Fall das Rohr gar nicht gelernt dürfen. Ja, wir sind bei einem neuen Spiel. Vergessen das Alter. So, wir spielen gegen Toss. Eure Sonden werden angegriffen. Kein Cannon Rush ist offen. Ich habe aber gesehen, dass du kein Cannon Rush machst. Was ist das für eine Aktion? Was zum Teufel war das? Was war das für eine Aktion? Hab ich nicht verstanden. Hat doch nur ein Gate? Ja, da wird irgendwo was versteckt gebaut haben. Eure Sonden werden angegriffen. Ihr benötigt mehr Wispin Gas. Zwinch Gas. Ihr benötigt mehr Wispin Gas. Eure Sonden werden angegriffen. Ne, nicht angreifen, Junge. jetzt mal gucken schnell sie ist die minereien hinterher ich weiß auch nicht ich bin die stimmel der finstern Das ist schön. Was hat er jetzt vor? Was hat er jetzt vor? Ich glaube gleich nochmal rüber gehen. Wir sind auf jeden Fall im Vorteil. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Okay. 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 Ah, normalerweise ist es eigentlich sauber. Ich könnte auch mal weiter die Sonnen bauen, sehe ich gerade. Ich habe das Wunder-Ready noch. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Mein Leben für Arjur. Nicht in Energie. Forschung abgeschlossen. Ja, ich hatte viel zu viel Obermins, zu wenig Dingses gebaut hier, Worker. Aber naja. So, wir müssen mal langsam wieder anfangen, hier unseren Negativ-Status von 59 zu 66 zu brechen. Und dort endlich mal wieder positiv zu sein. Und damit das MMR auch wieder zu steigern. Lass empfehlen wir das Ziel der nächsten 50 Tage. Damit die nicht auch wieder in Dia 2 sind. Ich bin Dia 1. Hm. Wollen wir das noch schaffen? Also Meister, denke ich mal, nicht mehr. So schlecht, wie wir spielen. So, wir spielen gegen Tirana. Wenn wir so spielen wie vorhin, unsere Army nicht einfach wasten, sollte es eigentlich locker gehen. Wir haben nicht gelösen Mineralien. Wir haben nicht gelösen Mineralien. Wir haben nicht gelösen Mineralien. So, Tirana, keine Echse! Och, nööööö? Dann spielen wir ein andern Bild, wo irgendwo ein Proxy stehen, das Proxy halt jetzt finden ist dann problematisch. Könnte bei mir direkt drin sein. Nein. Deswegen müssen wir ein bisschen anders spielen. Da ist es. Zu spät. Ah, Pilonen vergessen. So, den schicken wir runter. Und gleich ist dann lieber da. Das ist ein Reaper. Ja, jetzt kommt der letzte Spezialisierte drauf. Aber jetzt stoppt der einfach. Ich bin das Graz der Finsternis. Ja, sie geht einfach runter. Ich bin das Graz der Finsternis. 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 Tja. Ich bin das Graz der Finsternis. So, ähm, wir brauchen eine Robo. Ist ein bisschen hinten dran jetzt da. Cool, du kannst eigentlich vorgehen. Er hat nichts vorne. Gut, Forschung abgeschlossen. Basis wird angegriffen. Ich bin hier, in den Schatten. Ich bin hier. Sehr, mein Kalt ist die Leere. Doch, hat er. Recycling ist viel zu stark, ey. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ich werde es trotzdem mal probieren. Dies müsst ihr in einem Energiefeld. Ihr habt nicht gelügend. Bespiengeysir platzieren. Nicht gelügend… Ihr habt nicht genügend Mineralien. eyeserquelsäu So, hat dein Bunker anirsched. Das hat Pech. Okay. Unsere Klug Benchies. Ich bin hier, in die Schatten. Ja, scheiße, Reiki. Der ist gut. Der hat der Punkt herüber. Nee, das. Das kommt nicht. Ich bin hier. Ihr müsst suchen. Mineralienfeld erschöpft. Hier ist Rismakern online. Ihr benötigt mehr Respinggas. Viel mehr Gas. Viel mehr Gas. Und wir brauchen noch eine Exe. Geht's wie mir noch ein? Hm. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr müsst zusätzlich Mineralienfeld. Mein Leben für Aju. Ihr benötigt mehr Respinggas. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Energie. Ihr müsst zusätzliche Pyronen bauen. Ich muss unbedingt scouten, was er macht. Ich streife die Galaxis. Da kommt er. Oh, das ist meine Sonden noch nicht rüber. Greyletash. Oh, das ist meine Sonden noch nicht rüber. Greyletash. Ah, ich hab nicht gesehen, was er gemacht hat. Scheint aber noch kein Exit zu haben. Jetzt baut erst die Exit. Sie brechen durch. Sie brechen durch. Sie brechen durch. Los. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr Peradak Choral. Ste Land. Na. Warum ist das nicht auf der 4 wie sein sollte? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in dir Schatten. Ich bin hier in den 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 Schatten. Siehste, wir können Terraner mit dem Bild auf jeden Fall locker besiegen. So, nächstes Ziel 3800. So, wie siehts jetzt der Timer? Hallo, sehen, spielen wir noch. Ja, war auf jeden Fall nicht schlecht. Aber auch nicht gut. Das allgemeine ist immer mehr gesackt, runtergesackt, weil irgendwie alle nur so in diesen Bereich rumdümpeln, die Madia 2 waren. So, er hat noch keinen Zerg-Spieler. Oh, Mirror Match. Sehr schön. So, ich hab kein Fun. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, jetzt noch mal die Schatten. So, ich hoffe, er spielt keinen. Nee, ist Kennernisch. Ich hasse Kennernisch. Ich verstehe auch nicht, warum ich immer spielen muss. Also, wo man da ist. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Und dann? Wir haben nicht genügend Mineralien. Aber die Schatten. ich habe noch nichts gesehen bis jetzt alles aus wie standard werden angegriffen Nichts mal, ich weiß nicht. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Komm! Da ist das Gord. Na komm, wir spielen auch mal ein scheiß Hidden Zeugs. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Haben wir noch nie gespielt. Hidden Stargate. Ich bin hier in den Schatten. 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 Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Forschung abgeschlossen. Dimensionalstrenge abgestimmt. Ich bin hier. Ihr habt nichts gelöst. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Ihr sucht Führung. Na, sucht Teil. Ich bin hier in den Schatten. Wir sind eins in den Schatten. Ich bin hier. Ihr benötigt mehr West Wingers. Ihr seid auf dich an. Was ist euer Wut. Wie mag ich mit der Stirn erfinden? Halt. Ich bin hier. Wie kann ich euch helfen? Ich bin hier in den Schatten. 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 Erneut diene ich. Im Taro-Natu. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin hier in den Schatten. Na, kreif doch an! Na... Titi... Hat der denn noch was anderes geklappt? Der hatte keine zweite Base. Na, kompletter All-In. Shit. Naja. Wenn der All-In nicht gespielt hätte, hätte ich ihn besiegt. Ach, shit. Ich hätte gleich alle Worker pullen sollen. Na gut, man muss halt auch nur sowas verlieren. Passiert sehr oft im Protoss. Das Eidspiel muss auch kommen. Lass uns hier ja nicht mit Appen der Niederlage abspeisen. Ja. Zwei Spiele in Folge gewonnen und eins verloren. Komm, das geht ja gar nicht. Muss man wieder gewinnen. Und los geht's. So, gut spielen gegen Terranor. Die machen wir auf, fertig. Komm, los. Gut, Lack, Kepan. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Hä? Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ist kein klang im Map. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Hier ist kein Klang im Map. Hier habt nicht gelügend Mineralien. Hier hat nicht gelügend Mineralien. Also die Wegfindung von dem Zeug ist langsam manchmal echt blöd. Ne, weg! Komm lieber raus! Geh, geh geh, geh geh! Shit! Ich weiß nicht, ob Ihnen die 100 Mühlenreihen am Anfang stören, kann ich gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ob Ihnen die 100 Mühlenreihen ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen die 100 Mühlenreihen ist. Was gut wäre, wenn man sehen könnte, wie viel Kronoboos man hat. Ich weiß nicht, ob Ihnen die 100 Mühlenreihen ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen die 100 Mühlenreihen ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen die 100 Mühlenreihen ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen die 100 Mühlenreihen ist. Forschung abgeschlossen. Da ist er. Ich weiß nicht, ob Ihnen die 100 Mühlenreihen ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen die 100 Mühlenreihen ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen die 100 Mühlenreihen ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen die 100 Mühlenreihen ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen die 100 Mühlenreihen ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen die 100 Mühlenreihen ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen die 100 Mühlenreihen ist. Das ist gut. Dafür habe ich jetzt schon meine dritte. Das hat einen Haufen Marines, ne? Wenn Sie jetzt entschließt zu kommen. Wäre nicht so geil, wäre auch nicht schlimm. Steht irgendwas. Ich bin hier. Gas, 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 Gas. Oh, da kann ich jetzt sehen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin hier. Forschung abgeschlossen. Mineralienfeld, Herrschutz. Frage von woher kommen, oder? Ich bin hier. Ich will Schatten. Verstanden. Dann kommt er. Und ich bin hier. Kalt. Hier ist er. Ich bin hier, in die Schatten. Ihr benötigt mehr Vespingers. Ja, komm. Ich schaffe, ich mag, ich geh dem Tor für die Unterstützung. Gigi. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Scheiße, wie du meinst. Ich kann halt irgendwie zu schnell nachproduzieren. Terraner. Mann, wie kommen die denn hin? Ich bin hier in die Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in die Schatten. 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 Upgrade durchgeführt. Phasenkristalle aufgeladen. Koordiniere Angriff. Fährer Dakt Kural. Ihr benötigt mehr Wettbewerb. Ich bin hier in die Schatten. 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 So, ich brauch Star. Ich bin hier in die Schatten. Mein Leben für Ajor. Na dann. Wir sind das Licht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich. Mineralien fehlt. Erschöpft. Ich. 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 Jetzt wird alle Ahnung. Nicht sorry. Weissel ist in der their satisfied ist. In Eiligkeit liegt Stärke. Entaro Tassadar. Euer Denken leicht abgeschlossen. Für die Unterstützung. Mineralienfeld. Upgrade durchgeführt. Unserer Gedanke. Mein Leben für Ajuur. Ihr habt mich. Mein Leben für Ajuur. Tassadar, die Templar. Erleuchtet mich. Mineralienfeld. Erschützt. Dass unsere Feinde unsere Wut spüren, ermoldet ihn. Mein Leben für Ajuur. Meine Aufgabe. Euer Denken leicht gemein. Verspitzung. Anstrengung. Verspinn Geysir erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Wir schwinden. Mein Leben für Ajuur. Das war's für heute. Euer Denken, meine Aufgaben. Enttäuscht. Er sah die Templarien. Erneut diene ich. So diene ich. Ich weiß es gar nicht mehr, wie ich mein Herr Aufwand. Ich danach. Kommt er nicht mehr durch, zwischendurch. Ich vernahm euch. Wir sind das Licht. Erklärt euch. Meine Basis wird angegriffen. Ihr habt nicht gelesen, Mineralien. Ich bin hier in der Schaden. Die Türen und unsere Gedanken sind eins. Ich bin noch 200. Keine Upgrades mehr. Wir stellen uns der Dunkelheit. Was ist euer? Jetzt. Ich bin hier in der Herdruf. Ich bin hier in der Schaden. Ich bin hier in der Schaden. Lose angegriffen. Ich verdammel. Mineralien fällt, erschöpft. Come on. gg so macht man das nice war ein schönes spiel war mein meister nicht schlecht na gut das war's wir haben mit dem sieg auf und würde sagen sehen wir uns beim nächsten mal bis dahin tschö tschö euer mutti bär so das war's wieder mit der heutigen folge mit den mutti bären starcraft 2 wenn es euch gefallen hat könnt ihr gerne einen daumen hoch machen wenn ihr uns noch nicht abonniert habt könnt ihr uns auch gerne abonnieren und ansonsten oben rechts habt ihr eine weitere folge und unten rechts gibt es dann ein anderes projekt und ich sagen noch einen schönen abend und bis zum nächsten mal euer mutti bär tschö tschö